Britische Ermittler haben den Lebenspartner des nodenvertrauten Glenn Greenwald fast neun Stunden am Flughafen London Heathrow festgehalten. Der Brasilianer David Miranda wurde mit Hinweis auf ein Antiterrorgesetz verhört, das eine Festnahme ohne richterliche Anhörung ermöglicht. Handy, Laptop und Speichermedien von ihm seien beschlagnahmt worden, meldet The Guardian. Für dieses Blatt arbeitet Greenwald. Brasiliens Regierung und Menschenrechtsorganisationen verurteilten die Aktion.